er hat mich jetzt als kontakt hinzugefügt Pascal nach uns das will die Welt von sie sind gegründet und nehmen nicht allein kx so jetzt muss ich mal hier ganz kurz was gucken und zwar das ist doch hier schon alles erkundet so muss ich mal kurz in die Stimme schauen als sie gut aus war zahlen zahlen doch und zu 5 zogen so gibt es so oder gibt es auch wieder weiter mit der Mieter und zu tun 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 ist gut betreffend jetzt nicht kreiber ich frage mich was der für Geräusche beim Sex macht ganz ehrlich es ist der Fakt sich das so noch die Nürnberg aus die Bedeutung da ist braucht man soll hier du kannst was was brauchst du denn der Wettbewerb für das was du willst du brauchst so zu tun ach so Domi braucht es mal wieder deswegen hat er auch schon wieder eine neue Freundin glaube ich um so die nächste Schnecke an der andere Stadt dass er mir mal eine besorgt also die in die 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 da hat die Nadine die dies nach Semi hat die Dähti war ganz nett dabei aber dies ist auch vorbei kein Bock mehr gehabt die war zu stressig das ist es ist es ist ich weiß nicht ich weiß nicht was ist denn die Frauen egal ne eigentlich kann eigentlich nicht nein ist gut wo ist denn hier noch nicht ausgeleuchtet nicht schon überall ausgeleuchtet das ist ja wo ich bin warte mal tp dich mal zu der Position Minus 396 22 317 in die pd ich komme alle zu mir die weg das buch wird vor mir ich war hier schon über die gibt es nichts mehr ich bin der immer ich brauche keine freunde du bist ein mehr in den games die Gäste mehr als ich mit mit Prozent Prozent bei der Warte schon bis zu leichten Gamer wer schreiten ich hier jetzt einfach nur noch auf zwei bis gleich noch beschäftigt und reagiert trotzdem drauf k Dominik der Zettel mit der Zettel belastendes Material gegen Dichter jetzt weiß der Chat hat gesprochen um ja seine Großmutter hat gesprochen was hat sie gesagt WTF ist hier passiert WTF was hier passiert Dominik wird morgen rasiert in der Stadt Hilfe das ist die hey was geht in den Schweden das ist unsere allererste Schlucht und Garmel Fleisch und glaube ich dass ich die wieder finden was ich habe es erst gefunden das ist unsere allererste Schlucht hier wo alles angefangen hat wo es kein Eisen gab gar nichts ich glaube ich habe hier einfach mal runde aus Spaß an der Verletzung ist natürlich habe ich nur zwei Herzen verloren ja du hast du aber versuchst versuchst nicht ohne Rüstung da hab ich mir schon gedacht ich bringe ich da hin und dann da runter jetzt mach so habe ich auch nur zwei Herzen verloren gut Armin Kino zu hier haben wir Obsidian da können wir uns auch so wir haben ja ein wir haben ja einen schon nähter Portal was war Loll ich laufe gerade so entlang auf einmal macht sie krass ist ein Creeper gestorben ist auf die Schnauze gefallen dieses Affen Gesicht ja Kevin und hier sind wir jetzt nicht wo war der Eingang Auer ja genau wenn wir jetzt hier durchgehen sind wir wieder im MPC Dorf du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du was passiert wenn nicht immer in Minenschächten bin du findest Diamanten nee deswegen weil ich die Körnachstattel Scheiße der ist nach links wieder umgeknickt er hätte gestern dabei sein müssen wie ich mich weggepist hab ey aber einfach nur so ja ich sag ja nur der ist in mich ich ich laufe laufe ja nein du musst das genau beschreiben also ich laufe in die Mine springt irgendwo runter dann macht's einmal gewaltig krr der ganze Bildschirm geht nach links das sind die Tiefel die drei Herzen die Tiefel einfach nur weg die Schlaufe und zum Papot weißt du brauchen viel mehr wir brauchen viel mehr Kohle Prozent alles kommt ein bisschen wir müssen auf Glück drei in Schaden bedingt und die Bühne Ali das finde ich nichts mehr ausgelöscht dass man nicht ausgelöscht nein da ist Wasser das müssen Prozent 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 da hat die Lauer die Nix gemacht auch kein Willen wir haben was man nicht ausgelöscht ist und jetzt so Ende vor ab b geht nach oben älte delt auf Prozent die hier ist nichts mehr wir sind die Prost Geh' ich mal da lang. Minus 396. Wir sind langergangen. 23, 317. So, genau, hier haben wir noch was, was nicht ausgeleuchtet ist. Seh' dich. Ja, ich dich auch. Hier ist alles ausgeleuchtet. Wieso hast du auf einmal den Dummy Science Skin? Hä? Hä? Dein Skin ist weg. Ja, super. Diese scheiß Minecraft-Bugs, ne? Ey, die regnet sowas von auf. Ja, das ist ein schönes. Ingenieur, der ganz einfach. Connect immer neu, dann ist er bestimmt wieder da. So lange ich mich mal habe, es ist mir egal. Dummy habe ich mein. Jops. Dann ist mir egal. Jop, jetzt bist du wieder da. Endlich. Ich will ja meinen, eigentlich noch ein bisschen bearbeiten, mein Skin. So ein wenig Sommerfeeling einhauchen. Aber, na gut. Okay, ich denke, hier unten haben wir wirklich alles ausgeplündert. Deswegen gibt's wirklich kein Eck mehr, wo nicht ausgeleuchtet ist. Gut, ich glaube, dann haben wir das hier machen, Mineneingang verschönern, Minengänge schließen, keine Ahnung, was ich damit gemeint habe. XP-Maschine bauen vielleicht. Das hier haben wir, das hier haben wir, das hier haben wir. Ich glaube, hier haben wir auch einfach noch unten, da, 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 da. Fuck, hier ist was. So eine Maschine. Hier ist das, was mit Licht zu tun hat. Das ist doch, wollte ich ja eigentlich mit einer Minecraft-Strecke verbinden, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das mache. Auf jeden Fall gehen wir dann mal ein bisschen in den Nähter und bauen mal irgendwo ein neues Portal hin, damit wir mal jetzt ein bisschen weiter wegkommen. Hey, würde ich dann mal vorschlagen. Marcel, was wird dem Hintergrund aus? Warum? Ich hab mich schon gestreckt. Der Erfakt bei Amy Treu. Also, wie wir es später spielen, wir nochmal ein Röntgen, da. Weiß ich noch nicht. Ja, ihr könnt ja alle, ihr könnt ja alle schlafen, ich muss bei Zeiten ins Bettchen. Ich muss aber auch aufstehen. Ja, aber viel später, wie ich. Ja, und? Ich muss aber aufstehen. Äh, wieso ist hier Klaus-Dorn, der nicht leuchtet? Keine Ahnung. Lichtback. So, dann haben wir auch wieder ein paar Kakaoböhnle. So, zack. Gleich wieder angepflanzt. Huch, die war noch nicht reif. Gut. Magere Ausbeute, acht Eisen habe ich jetzt gerade mal. Es gibt's ja lange. Ich hab zwölf. Da muss ich jetzt hier mein schönes Häuslein aufgeben. Warum? Ja, weil wir weiterziehen. Komm, mal wieder. Ja, schon nicht mal eins, hat es jetzt hier wiederkehren. Hört ihr. Hört ihr. Äh, Domi, was du die Diamanten hingepackt eigentlich. Du hast deine. Du hast ein Stück. Ich will und ich will alle. Nein. Du bekommst sie nicht. Ich hab sie aber schon. Dann hol ich sie mir gleich wieder. Nein. Doch. Dann protecte ich die Kiste. Ein Scheiß. Ich verwalte die Diamanten. Nein. Ich verwalte sie gerecht, verdammt. Ja, nee, darf sie ja nicht. Jeder davon darf sich was bauen. Doch, ich darf alles. Ich bin Server. Meister. Du bist Server. Du brauchst erstmal einen Enchantment-Tisch. Du bist Server. Dann, keine Ahnung. Ich hab ja eigentlich das Ganze, die Zuckerrohrmaschine, extra dafür gemacht, dass wir genug Zuckerrohr haben und Bücher herzustellen. Jetzt brauchen wir dafür Leder. Das ist gerade mal so richtig assi. Ich glaub, da darf ich mir... Na toll, das geht ja auch nicht. Ich kann mir ja nicht mal ein Plünderungs-Dreischwert enchanten. Brauche ich... Brauche ich noch das Obsidian vom Dominic. So, dann hab ich zwei Stück. Was braucht man noch? Buch, zwei Diamanten und... Fünf von denen. Obsidian? Ja. Fünf Stück braucht man davon. Ja, ne, vier eigentlich nur. Okay, wir nehmen mal fünf... Wir nehmen mal alles mit. Nehmen wir mal alles mit, was XCraftX in seinen Kisten hat. Alles mitgenommen, so. So, da. Jetzt ist wieder dein Skin weg. Wenn ich mich teleportieren. Das ist doch dumm. Also die 1.3 ist immer noch sehr verpackt. So, jetzt besser? Nicht. Was mir überhaupt nicht passt, ja. Also, du musst jetzt nicht dein Skin immer wechseln. Ach ja, wir brauchen noch ein Buch. So, ich bin ja nicht mein Boden voll. Was? Ich bin nicht mein Boden voll, wenn du da oben bist. Das war Fleisch. Ja, vielleicht kann auch bröseln. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Was? In Moleküle der Fall. Vorher kam ja die Leiter nicht runter, äh, nicht hoch, weil das kommt ja sie nicht runter. Ja. Kühle. Kühle. Wir haben keine Kühle, Dominik. Wir haben zuerst unser Stallmeister. Warum haben wir keine Kühle? Wir haben zu viel. Tja. Ich bin kein Stallmeister. Wir haben zu viel Kohle. Oder ja, ja, wir. Naja, egal. Ja, wir. Es gibt kein Du und kein Ich. Es gibt nur wir. Es gibt nur Bier. Soll ich fast in die Lager? Dominik, du bist Alkoholiker? Ja. Mit 13 Jahren. Das sieht man auch nicht in der Aufnahme, ne? Das ist ja das Beste dran, wenn du schreibst, kannst du es auch sagen. Seit wann bist du eigentlich 14? Da komm ich die Frage, bekommst du jedes Mal. Soll jetzt wissen, auch noch alle Leute waren nur Geburtstag, aber da können wir immer alle gratulieren. Ja, ihr könnt ihm auch was schenken. Ja, also ich wäre mir mit so einem, mit so einem.